So, dann geht's auf ins Duell. Wann hast du lang gebraucht? Ich habe hier halt nicht die beste Leitung. Wollen wir warten, bis die Energie voll ist oder direkt? Wir warten, bis die Energie voll ist. Ja, fern des halber. Du darfst dich aber nicht direkt da reinstellen. Ich weiß ja nicht, ob du die... Du darfst dich halt nicht in die blauen Kreise reinstellen. Sonst taucht das nicht auf. Wie viel Energie machen wir? Ich sag mal so, jeder Kampf dauert ja eh nicht allzu lang. Ich würde sagen dann so bis 200 Energie. Können wir machen. Und dann legen wir los. Wird ja dann aber richtig weh, ne? Ja. Können wir sehen. So. Wir beginnen in 3, 2, 1, go! So. Was tat weh? Upsa, da warst du tot. Passiert. Passiert. Free match. Machen wir best of free, ne? Ja. Dieses mal nur mit Nahkampfwaffen, also ohne... Ich mach nur Nahkampf. Ja, ich mein jetzt ohne Schädigkeit. Hab ich dir doch schon mal gesagt. Jetzt einfach nur mit E? Ja. Bei mir ja linke Maustaste. Ja dann... Gleich starten. Komm. Hehe. Oh, hat er mich erwischt. 1-1. Ben吧. Ich bin Mini Maus. Aber lustig, wa? Du hast... Du hast dich hingelegt, he? Ja einmal nicht aufgepasst. Einmal unter Chats. Zack. Hat es da einen. Aber... Hast du ihn hingelegt, he? Womit kämpfen wir jetzt? Ich hab immer noch nur Nahkampfwaffen, ich hab nix anderes da. Mal gucken wie gut die gegenüber meinen... Oh! Der hat gesessen. Zack, Daumen, Alter! Winner, Winner! Nicht Chicken Dinner! Ja, du darfst nicht mit Fernkampf angreifen, das muss zu gleichen Konditionen stattfinden. Deiner Frank. Willst du diese Herausforderung akzeptieren? Mini Maus gewinnt. Beginn! Also ohne Fernkampfwaffen. Sagste? Mhm. Mhm. Zack. Haha. Drei, zwei, eins. Down. Ich will übrigens mal was ausprobieren. Du willst was ausprobieren? Ja, ich will was ausprobieren. Komm mal hier, Duell. Ich will mal was ausprobieren. Wäre richtig asozial, wenn es funktioniert. Jetzt bin ich ja... Ich muss einfach mal kurz warten. Ich brauche ein bisschen Energie dafür. Also lass die Energie da liegen. Schau doch mal auf, Kerle. So, komm mal her. Hm. Ja, ziemlich wenig, ne? Hattest du die eigentlich vorhin geblendet? Was geblendet? Was? Als ich nur zwei benutzt hab. Ja, ich will mal gucken, wie gut ist das wohl? Zwei Schläge, ich bin weg. Also, in dem Sinne schon fast drei. Was denn du? Der Stand beginnt. Ach, da bist du. Ach, fuck it. Komm mal her. Was mies gehandelt aus dem Hintergrund. Komm mal her. Lass mal unsere Warframes direkt nebeneinander stellen. Oder können die... Würde ich mal sagen, könnt ihr mal entscheiden, welcher Warframe von wem besser aussieht. Antwort in die Kommentare. Und damit ist das Video auch schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Lügenpresse.